Hallo Leute, willkommen zu meinem Beitrag für den Let's Player Battle Contest, und zwar die zweite Runde. Ja, ich habe mir das Spiel Boxhead ausgesucht, das ist ein Flash Game. Was genau dort drin vorkommt, werdet ihr gleich sehen. Vielleicht kennt ihr es ja schon von GLP, der hat dazu ja mal ein Let's Flash gemacht, daher kenne ich dieses Spiel auch. Zu Beginn wollte ich eigentlich für die zweite Runde The Binding of Isaac wählen, nur beim Aufnehmen gab es dann irgendwie massive Soundverschiebungen. Ich weiß nicht warum, und ich wollte das Video halt jetzt nicht mit Soundverschiebungen einschicken, weil mich das dann bestimmt Bewertungen gekostet hätte oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre das für mich nicht so praktisch gewesen. Auf jeden Fall wollte ich euch jetzt das Spiel Boxhead zeigen, ich hoffe ihr habt viel Spaß dabei. Wir fangen einfach mal an. Hier können wir als erstes mal zwischen verschiedenen Locations wählen, dann die, wie heißt das, die Schwierigkeit. Aber wir haben nur 10 Minuten Spielszenen, das Video darf insgesamt 12 Minuten lang sein. Das heißt, ihr habt 2 Minuten reden und ich rede jetzt schon viel zu lang. Ich fange jetzt an mit der allerersten Stage. So. Man spielt mit den Pfeiltasten. Mit Pfeiltasten und Schießen tut man mit Leertaste. So, hier kann man Waffen aufsammeln und dann mit den Zahlen, also 1, 2 und 3 auswählen. Die Uzi, die liegt jetzt auf der 2. Wenn wir wieder Pistole haben wollen, können wir auf die 1 switchen. So, jetzt kommt die zweite Wave. Es werden immer mehr und immer schwerere Gegner. Ist ja eigentlich auch logisch. Und wie ihr seht, die Uzi hat nur begrenzte Munition, da können wir in diesen roten Boxen neue Munition für die Uzi sammeln. Also, ich habe das Spiel gerade eben das erste Mal gespielt. Ich kannte das halt nur vom Namen und vom Sehen. Ich habe das vorher noch nie gespielt. Anders als The Binding of Isaac, was ich früher, also, was heißt früher, vor ein paar Monaten wirklich sehr häufig gespielt habe. Meins, ich habe da jetzt nicht so viel Skill mehr, weil mir die Übung ein bisschen gefehlt hätte, aber... Es hätte mir schon sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel The Binding of Isaac zu spielen. Aber gut. Kann man nichts machen, wenn Zaunverschiebung da ist, ist Zaunverschiebung da. Tut mir leid. Kann ich nichts dagegen tun. Und mit Traps kann man das ja nicht aufnehmen, da es kein Vollbildmodus ist. Und wenn ich in den Vollbildmodus schalte, das kann man ja auch machen, nimmt Fraps trotzdem nicht auf. Und den Monitor nimmt es auch nicht auf. Das heißt, ich kann nicht mal den Monitor aufnehmen und es dann so zuschneiden, dass man das Bild dann sieht und so weiter. Ach, komm. Was ist das? Pistol, ja klar. Wenn Pistole, da haben wir unendlich Munition, steht, wie ihr gesehen habt, drüber. Bei OOC sieht das ganz anders aus. Da haben wir immer nur begrenzte Munition und zwar 100. Und wenn die leer ist, wird wieder zu Pistole gewechselt. Ich bin mal gespannt, was es noch für... Ah, Shotgun haben wir jetzt. Okay. Interessant. Dann teste ich die jetzt mal. Wie die so funktioniert. Okay. Da braucht man anscheinend nur einen Schuss. Die streut ja ganz schön, oder? Nee. Ich hatte irgendwie so ausgesehen, als ob die streuen würde. Tut's aber nicht. Die müssen wir einfach nur schießen, so. Ja doch, jetzt hat sie gestreut. Alter, wie viele Schüsse braucht man, um den da zu besiegen, Mann? Ah, Hilfe! Hilfe, ich hab Angst. Okay, haben wir Uzi? Nee, wir haben Pistole. Okay. Naja, das reicht natürlich. Der Rote hat jetzt, denke ich, auch genügend Schaden bekommen, damit wir... Ja, gut. Brauchen wir gar nicht lang. Können den einfach... ... ganz schnell... Ah, okay, Uzi. Sehr schön. Boah, wie das abgeht, Alter. Das ist ja... Alter, da haben wir jetzt auch richtig viel Munition, Mann. Boah, Leute, wie das abgeht. Nice, Mann. Joggesell, Joggesell. Ah, nee, ich mach niemanden nach. Weil sonst kommen ja alle nur... ... macht der Regi Bang nach und so. Na, wie viele von euch kennen denn eigentlich Regi Bang? Würde mich mal interessieren. Da sagt der auch immer so Joggesell und so, ne? Oh, toll. Jetzt haben wir wieder die Pistole. Jetzt schnell weg, bevor die da alle kommen. Ich hab wirklich noch keine Übung hier in diesem Spiel. Ich will da jetzt zu dieser Waffe. Weil, wie ihr ja gerade gesehen habt... Oh, verdammt. Das ist auch nur begrenzt. Das find ich kacke, aber... Na ja, gut. Ist anscheinend auch... ... eine sehr gute Waffe drin. Da steht ja, ähm... ... wenn man diese Seite hier öffnet mit dem Spiel... ... geeignet ab 16 Jahren. Na ja. Theoretisch... ... dürfte ich das ja eigentlich noch nicht spielen. Aber das heißt ja nix, ne? Ja, 10 Minuten Spielszenen, da haben wir noch ein bisschen. Wir haben ja die ersten anderthalb Minuten nur geredet. Das heißt... ... noch gut ne Hälfte. Also, das heißt 5 Minuten haben wir noch Zeit. Also, das heißt... ... noch gut ne Hälfte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020